Bild 4 Bitte, Sie sind jetzt dran. Papa, ich möchte lieber allein zum Arzt gehen. In Ordnung, Michael. Guten Tag, Herr Dr. Möller. Hallo Michael, was kann ich für dich tun? Wo tut es weh? Mein Hals tut weh und ich habe Fieber. 38,5. Aha. Mach bitte deinen Mund auf und sag bitte A. A. Ja, dein Hals ist rot. Lass uns nochmal bei dir Fieber messen. 39 Grad. Und jetzt muss ich dich noch abhören. Bitte tief ein- und ausatmen. Gut, das ist in Ordnung. Michael, du hast keine Grippe, du bist nur erkältet. Das habe ich auch zu meinem Papa gesagt. Ich schreibe dir jetzt ein Rezept für Nasenspray. Trink viel Tee, bleib drei Tage zu Hause, mach keinen Sport und dann wirst du wieder gesund. Und gegen Halsschmerzen kannst du Pastillen nehmen. Ich habe schon welche genommen. Die Pastillen haben mir wirklich geholfen. Vielen Dank, Herr Doktor. Na dann, Michael. Ich wünsche dir gute Besserung. Danke, Herr Dr. Möller. Ach ja, ich habe noch eine Frage. Meine beste Freundin feiert am Samstag Geburtstag. Darf ich denn zu ihrer Geburtstagsparty gehen? Wenn du an Samstag kein Fieber hast, dann kannst du zur Party gehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.